Bitte sehr. Danke, Käptnig. Ich möchte dieses Schiff feierlich taufen. Ich taufe dieses Schiff auf den Namen des Rohrbilots unter den deutschen Piloten. Auf den Namen dessen, der vor rund 600 Jahren die Handelsstätte Deutschlands in Angst und Schrecken versetzt hat, wie der Mythos sagt, Schätze von reichen erbeutet und der Name verteilt hat. Ich taufe dieses Schiff auf den Namen Klaus Störnebecker. Die haben wir gleich. Das ist doch mal nicht. Hier auf die Seite. Na, hier, Mann. Na, hier, Mann. Da ist der Hut schon runter. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Das ist doch mal. Und hier sind welche. Schau, wir ziehen weiter. Eins, zwei, drei. Zurück ziehen. Zurück ziehen. Kampfen. Siehst. Glück. Sehr schön. Und weiter. Sehr verletzlich mit der Hand. Hey! Ja, du! Da, Nashi! Mama, die fällt raus! Elina Fries!